Das österreichische Olympische Komitee hat vier qualitativ hochwertigen Sportzentren, die sich zur Zusammenarbeit hinsichtlich Weiterentwicklung, Datenvernetzung und Einhaltung von definierten Geräte- und Teststandards mit dem ÖEC vertraglich binden, das Qualitätssiegel Olympiazentrum verliehen. Ich bin unglaublich froh, dass es diese Institutionen in Österreich gibt. Man kann natürlich darüber diskutieren, sollte man das eine oder andere auch noch zusätzlich machen. Aber was wir heute haben, darauf kann man stolz sein. Und da ist ja die sportmedizinische, physische, psychische Betreuung ein ganz wichtiger Baustein zum gemeinsamen Erfolg. Der Erfolg muss immer noch durch die Athleten selbst erbracht werden. Aber wir als Olympisches Komitee wollen gemeinsam mit diesen überall regionalen Zentren die Grundvoraussetzungen für den künftigen Erfolg schaffen. Dornbirn. Rund 40 Sportlerinnen und Sportler werden hier vom Sportservice vor Adelberg unterstützt. Wer etwas verändern will, muss neue Wege gehen. Nach diesem Motto wird hier in 13 olympischen und 6 nicht-olympischen Sportarten erfolgreich gearbeitet. Man hat wirklich alle Möglichkeiten. Man kann alles trainieren. Es ist schon lässig, weil viele andere Sportarten da sind, weil viele Leute da sind, mit denen man mittrainieren kann. Und man kriegt auch einen Trainingsplan vom Trainer, einen eigenen Trainer, persönliche Betreuung, einen Arzt. Es ist wirklich alles da. Physiotherapie, Masseur. Und von dem her, das schätze ich wirklich. Es wird spezifisch trainiert. Auf jeden Einzelnen wird einfach der Trainingsplan gemacht. Und es ist einfach etwas anderes. Es sind viele Sportarten da. Und es ist eigentlich eine Gaudi und Sport zugleich. Also es ist einfach für einen Sportler eine sehr große Ablitzung. Mit der Positionierung des Olympia-Zentrums in Dornbirn wurde eine neue Drehscheibe für den Vorarlberger Sport geschaffen. Sie ist eine kompetente Anlaufstelle sowohl für Sportler als auch für Funktionäre, die sich hohe und höchste Ziele setzen. Und diese sollen all along in olympischen Medaillen ihren Niederschlag finden. Vorarlberg ist in letzter Zeit eher sehr winterlastig gewesen. Wir müssen jetzt versuchen, die Sommersportarten herauszufiltern. Für London werden vielleicht drei, vier Olympiastarter erwartet. Sochi schaut dann schon ganz gut aus im Winter. Und für 2016 sind wir dann für Rio gewappnet. Und ich denke, dass dort auch schon der eine oder andere Kandidat um eine Medaille mitkämpfen kann. Um sich für seine schwierigen Aufgaben fit zu halten, trainiert auch der neue Generalsekretär des ÖOC im Olympiastützpunkt Dornbirn. Dr. Peter Mendel, Vorarlberger, ehemaliger Bankmanager und Spitzensportler. Vor einigen Jahren stand er sogar auf dem Gipfel eines Achttausenders. Seit heuer führt er mit seinem Landsmann Dr. Karl Stoß die Seilschaft des österreichischen Olympischen Komitees in die Zukunft. Ich glaube, dass ich als aktiver Fallschirmsportler, der zwar nicht olympisch ist, aber als aktiver Fallschirmsportler SIG und Niederlagen ganz nahe erlebt habe, dass ich auch die Wünsche und auch die Ängste und Befürchtungen der Sportler sehr gut kenne aus eigenen Erfahrungen heraus. Und ich glaube, dass wir hier im österreichischen Olympischen Komitee in Zukunft doch viel bewegen werden können. Salzburg-Rief, ein Olympiazentrum, das wegen seiner zentralen Lage in Österreich viele Medaillengewinner beherbergt. Die Bedingungen da sind ein Wahnsinn. Du hast einfach alles Mögliche, was du irgendwie brauchst, was ich vorher gar nicht gewusst habe, dass es gibt, dass man auf die und die Orten irgendwie trainieren kann. Und das ist halt einfach schon klasse, wenn du da mitten unter den ganzen anderen Leistungssportlern da irgendwie huchst. Olympiasieger Wolfgang Leutzl und Slalomass Reinfried Herbst sind wie Thomas Geiersbücher ständige Gäste im Olympiastützpunkt. Medaillengewinner und Medaillenanwärter geben sich hier die Türklinke in die Hand und tauschen sich auch aus. Man hat natürlich immer so irgendwie ein bisschen im Hintergrund mitschwingen, die Olympischen Spiele und natürlich dann auch die Medaillen. Und da ist, glaube ich, dann jeder umso mehr motiviert, dass er sich da im Training richtig ins Zeug hat, um dann vielleicht irgendwann einmal olympische Medaillen zu gewinnen. Und das macht das Ganze natürlich dann sehr wertvoll. Die Biathleten haben im Schießkeller des Instituts eine optimale Infrastruktur für ihr sommerliches Trockentraining gefunden. Darüber hinaus sind 13 andere olympische und nicht-olympische Sportarten im Olympiazentrum verankert. Unser Ziel ist es, 30 Athleten hier zu betreuen, vielleicht auch etwas mehr noch und mit der Fassgewissheit zu haben, dass wir auch bis 10 Athleten in London oder spätestens 2016 in Rio an den Start bekommen. Die Kombination Sportwissenschaft und Trainingsumfeld ist in Salzburg optimal. Auf europaweit einzigartige Weise ist hier eine Universität in die Bedürfnisse eines Spitzensportinstituts eingebunden. Die Athleten haben alles zur Verfügung, sowohl für die Diagnostik in allen Bereichen, die relevant sind, aber ganz besonders auch für das Training. So eine Art Messplatztraining, wie das heute im internationalen Spitzensport üblich ist, steht jedem Athleten hier zur Verfügung. Wer hoch hinaus will, findet in Salzburg-Rief beste Voraussetzungen. Aus die Blätter! Nicht anders ist es in Linz. Auf der Google im Landessportzentrum Oberösterreich hat ein Großteil der österreichischen Spitzeschwimmer eine Trainingsheimat gefunden. Das Olympia-Zentrum Linz bietet die besten Voraussetzungen dafür, dass ich mein Ziel 2012 in London erreichen werde und kann. Und dort natürlich auch eine gute Platzierung erreichen kann. Es passt alles rundherum. Wir haben einen super Trainer, haben einen super Becken, haben super Bedienungen, haben ein super Umfeld, haben immer Physiotherapie, alles. Haben jetzt einen neuen Startzockel bekommen, das neueste Modell. Also wir sind top ausgestattet für 2012, für die Olympischen Spiele. Wir haben gleich im ersten Stock das Heeres-Leistungssportzentrum, das für uns Bundesheersportler natürlich hervorragend ist. Es ist einfach optimal. Vor allem auf dem höchsten Niveau, also an der Weltspitze, das sind so ausschlaggebende Nuancen, die man verbessern muss und immer dranbleiben muss, dass man eben besser wird. Und wie ich gesagt habe, da ist eben die beste Voraussetzung geschaffen. Diese junge Dame ist ständiger Gast. Liu Jia kennt als Sportlerin zwei Systeme. Jenes hier in Linz ist anders, aber auch sehr gut. China ist einfach mehr Druck und das kann man gar nicht vergleichen. Aber ich glaube, hier in Oberösterreich habe ich meinen Europameisterschaftstitel geholt. Und ich glaube, das System ist für mich sehr gut. Hier wachsen Idole heran, die der Jugend wieder die Begeisterung geben, die letztendlich auch animieren sollten. Die Jugend zum Sport, Bewegung ist eben eine wichtige Voraussetzung. Und Idole, das sind jene, die zu Olympischen Spielen fahren, die eben bei Olympia dabei sind und vielleicht auch die eine oder andere Medaille machen. Ivana Dadic ist eine dieser großen Hoffnungen. Das IMSB in der Südstadt ist das Olympiazentrum der ersten Stunde. Schon 1999 wurde es als solches ausgezeichnet. Das Institut für medizinische und sportwissenschaftliche Beratung hat seit 1982 eine umfassende Hilfestellung für den österreichischen Sport aufgebaut und entwickelt seine Komplexität permanent weiter. Unser Job ist es eigentlich, wissenschaftliche Informationen, aktuellste Informationen in praktische Informationen umzuwandeln und so den Sport, den Trainer und damit natürlich in weiterer Folge auch den Sportlern, den Athleten und Athletinnen zu helfen. Hat das auch eine Streuwirkung zu den anderen Olympiazentren? Absolut. Wir sind ja auch das Älteste. Wir sind seit 1999 ein Olympiazentrum, haben daher an der Idee der Olympiazentren ganz massiv mitgewirkt und sind so quasi wie eine kleine Leiteinrichtung für den gesamten Bereich der Olympiazentren. Wir sind vernetzt miteinander. Wir haben natürlich also auch den neuen, jungen Olympiazentren viel Know-how mitgegeben und unterstützen sie auch weiterhin. Das sehe ich auch als Job. Beziehungsweise, wenn dann die entsprechende Qualität überall gegeben ist, dann diese Vernetzung optimal für den österreichischen Spitzensport zu nutzen. Ludwig Beisch ist immer wieder Gast im IMSB. Vor allem dann, wenn er ausgepowert oder gar verletzt von seinen internationalen Einsätzen wieder nach Hause kommt. Ja, es ist einfach ein bisschen, so sagen, eine Sicherheit gibt es dem Sportler. Man ist oft im Ausland unterwegs, da ist man eher auf sich alleine gestellt und man kommt einfach zurück mit ein paar Wehchen und Kleinigkeiten, die nicht ganz optimal laufen. Und es wird analysiert, behandelt und dann schaut man, dass man wieder optimal trainieren kann. Medizin und Physiotherapie sind aus dem Sport nicht wegzudenken. Nur höchstes Niveau ist für Österreichs Athleten gut genug. Das gilt auch für technische Hilfsmittel wie diese Hypoxie-Kammer. Österreichs Olympiazentren sind Goldschmieden, deren sich die Athletinnen und Athleten nur bedienen müssen. Eine Schmiede ist ja auch ein Werk, wo man an einem tollen Werkstück arbeitet. Und wenn man an einer Medaillenschmiede, dann arbeitet man an künftigen Medaillen. So interpretiere ich diesen Ausdruck. Und ich glaube, das passt genau zu den Olympiazentren. sowie das auch Karmann. Und das ist mein Ziel. Heute Die